Ja, herzlich willkommen zu diesem dritten Teil des EKG-Kurses, in dem wir uns insbesondere die P-Welle anschauen werden. Welche Hinweise eine pathologische P-Welle auf eine Lungenembolie liefern kann und was ein SA-Block ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Dieses Video ist Teil unseres vollständigen EKG-Videokurses, mit dem du die sichere und strukturierte EKG-Auswertung lernst. In der Videobeschreibung findest du einen Rabattcode, den du auf unserer Website unter medi-no.org einlösen kannst. Um zu verstehen, wie sich die EKG-Wellen bei verschiedenen Krankheitsbildern verändern, schauen wir uns einmal in der Übersicht die Erregungsausbreitung an. Zu Beginn kommt es zur Erregungsentstehung im Sinusknoten. Von diesem breitet sich die Erregung über die Vorhöfe aus, wird im AV-Knoten gefiltert und anschließend auf die Kammern übergeleitet. Dort breitet sich die Erregung über die Tavara-Schenkel und die Purkinje-Fasern auf das Kammermyokard aus. Anschließend kommt es zur Repolarisation des Myokards. Die P-Welle stellt also die Vorhoffkontraktion dar und die PQ-Strecke die AV-Überleitung. Die Erregungsbildung im Sinusknoten ist im EKG nicht sichtbar. Hierfür ist das elektrische Signal zu klein. Physiologisch breitet sich die Erregung vom Sinusknoten gleichmäßig über beide Vorhöfe aus und gelangt zum AV-Knoten. Dies wird als Sinusrhythmus bezeichnet. Die P-Welle ist daher halbrund, dauert ca. 50 bis 100 Millisekunden und ist positiv. Wie wir bereits gelernt haben, gibt es verschiedene Ableitungen. In den Ableitungen V1 und AVR kann die P-Welle auch negativ sein, ohne dass dies ein Hinweis für eine Pathologie ist. Auf das PQ-Intervall und vor allem auf die AV-Blöcke gehen wir in den nächsten Kursteilen genauer ein. Schauen wir uns nun die verschiedenen Gründe für Pathologien der P-Welle an. Eine Ursache für eine gestörte Erregungsausbreitung können ektope Erregungen sein. Das heißt, die Erregung entsteht nicht im Sinusknoten, sondern an einem anderen Ort in den Vorhöfen. Hierdurch entsteht eine abnorme Konfiguration der P-Welle. Auch wenn das VF-Myokad krankhaft verändert ist, kann es zu einer abnormen Konfiguration und häufig zu einer Verlängerung der P-Welle kommen. Hier entsteht die Erregung zwar im Sinusknoten, durch Narben oder Entzündungen verläuft die Erregung jedoch auf anderen Bahnen zum AV-Knoten. Die dritte Pathologie ist eine Entstehung der Erregung im AV-Knoten oder in Distal von diesen gelegenen Myozyten. Hierdurch kommt es häufig zuerst zu einer Erregung der Kammern und einer retrograden, also rückwärts gerichteten, Leitung der Erregung auf die Vorhöfe. Die P-Welle ist dadurch meistens abnorm konfiguriert und liegt im oder hinter dem QRS-Komplex. Betrachten wir nun einmal ganz praktisch, wie man einen Sinusrhythmus erkennen kann. Damit der Rhythmus als Sinusrhythmus bezeichnet werden kann, sind verschiedene Kriterien notwendig. Es müssen regelmäßige P-Wellen mit konstanten PP-Intervallen vorliegen. Die P-Wellen müssen halbrund und positiv sein und auf jede P-Welle muss ein QRS-Komplex folgen. In diesem Beispiel liegen regelmäßige P-Wellen vor. Die P-Wellen haben zueinander konstante Abstände. Hierzu könnt ihr auch wieder den Kardiologentrick anwenden. Die P-Wellen sind in diesem Beispiel alle ähnlich konfiguriert, halbrund und positiv. Weiterhin folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex. Es liegt somit ein Sinusrhythmus vor. Der Herzrhythmus wird also durch den Sinusknoten angegeben. Ab einer Frequenz von 100 Schlägen pro Minute spricht man von einer Sinus-Tachycadie. Unter 60 Schlägen pro Minute von einer Sinus-Bradycadie. Eine Frequenz zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute wird als normofrequenter Sinusrhythmus bezeichnet. Vielen Dank, dass du bis hierhin drangeblieben bist. Das vollständige Video und den gesamten EKG-Kurs findest du auf unserer Website unter www.medi-no.org. In unserem mit 6 CME-Punkten zertifizierten vollständigen Video-on-Demand-EKG-Kurs lernst du die strukturierte und sichere EKG-Befundung. In dem Kurs beginnen wir bei den Basics und enden bei Specials wie STEMI-Equivalente und Schrittmacher-EKG. Der Kurs eignet sich also nicht nur für Studierende und Auszubildende, sondern auch an praktisch tätige Ärzte und Ärztinnen, Notfallsanitäter und alle, die am EKG interessiert sind. Weiterhin bieten wir passend zu den Videos unser EKG-Skript und unser EKG-Fallbeispiel-Skript an. Mithilfe dieser kannst du die EKG-Grundlagen lernen und anhand vieler echter Fallbeispieler anwenden lernen. Anschließend kannst du mit dem Videokurs die Inhalte bequem vom Sofa aus wiederholen und vertiefen. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Und am Ende haben wir noch ein kleines Quiz vorbereitet. Ratet gerne mit. Was erkennt ihr in diesem ersten EKG? Richtig, es liegt ein Sinusrhythmus vor. Wir haben ein konstantes PP-Intervall. Die P-Wellen sind halb rund. Zwar sind sie negativ, dies ist in der Ableitung V1, jedoch kein Hinweis für eine Pathologie. Weiterhin folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex. Die P-Wellen sind maximal 100 Millisekunden lang und unter 0,25 Millivolt hoch. Bei 50 Millimetern pro Sekunde entspricht ein großes Kästchen 100 Millisekunden und ein kleines entspricht 0,1 Millivolt. Welche Pathologie liegt in diesem Beispiel wohl vor? In diesem Beispiel liegt ein Sinusrhythmus vor. Die P-Wellen sehen jedoch abnorm konfiguriert aus. Es zeigt sich ein doppelgipfliges P. Die P-Welle ist auf 140 Millisekunden verbreitert. Die Höhe liegt jedoch unter 0,25 Millivolt. Es liegt somit ein P-Sinistro-Atriale vor. Was erkennt ihr in diesem Beispiel? An welche Erkrankung solltet ihr denken, wenn der Patient über atemabhängige Luftnot klagt? Hier liegt wieder ein Sinusrhythmus vor. Die P-Welle erscheint jedoch deutlich erhöht. Daher lässt sich hier auf ein P-Dextro-Atriale schließen. Ein P-Dextro-Atriale kann auf eine Lungenembolie hindeuten. Bei Luftnot empfiehlt es sich daher zum Beispiel Dedimere abzunehmen und eine Echokardiografie mit der Frage nach Rechtsherzbelastungszeichen oder ein Angio-CT durchzuführen. Welchen SA-Block erkennt ihr in diesem Beispiel? Hier liegt ein SA-Block Typ 1 Wenkebach vor. Der Abstand zwischen Erregung des Sinusknotens und der P-Welle wird zunehmend größer, bis es plötzlich zu einem einzelnen Ausfall der Überleitung kommt. Was erkennt ihr in diesem EKG? In diesem Beispiel liegt kein Sinusrhythmus vor. Man erkennt einen unregelmäßigen Rhythmus und Flimmerwellen. Hier liegt ein Vorhofflimmern vor. Was das genau ist, wie man es im EKG erkennt und wie man es vom Vorhofflattern unterscheiden kann, darum wird es im nächsten Teil des EKG-Kurses gehen. Ja, das war der dritte Teil des EKG-Kurses. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und ihr seid beim nächsten Teil des Kurses zu den supraventrikulären Herzrhythmusstörungen wieder mit dabei. Und am Ende noch ein kurzer Haftungsausschluss, denn uns ist wichtig, dass ihr wisst, dass diese Videos nur für Schulungszwecke konzipiert sind. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen. Wir können leider keine Garantie und Haftung für die Inhalte übernehmen.